Ihr wollt nach Australien für ein Jahr, als Expert für ein paar Jahre oder für immer, aber wisst nicht so recht, wo ihr anfangen sollt und wie sowas ablaufen könnte? In diesem Video erkläre ich, welche Schritte dafür notwendig sind und was ihr auf gar keinen Fall vergessen solltet. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit mehr als 15 Jahren in Australien und abonniert gern diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Ihr wollt euren Traum von roter Erde, Kängurus am Horizont und Tauchen am Great Barrier Reef endlich wahrmachen, habt die Entscheidung getroffen, es soll nach Australien gehen. Da steht ihr jetzt natürlich vor einem riesigen Berg an Fragen und die allererste lautet Wie ist denn das mit der Krankenversicherung? Nein, halt, stopp. Auch wenn Deutsche im Vergleich mit vielen anderen Kulturen mit dem Thema Versicherungen völlig besessen sind und das tatsächlich eine der häufigsten Fragen ist, die mir gestellt wird, das wirklich interessante Rätsel, das es zu lösen gilt, lautet Wo fange ich an? Es gibt so viel zu erledigen und zu planen, aber einige besonders wichtige Dinge möchte ich in diesem Video besprechen. Und in der zweiten Hälfte des Videos rede ich über den größten Fehler überhaupt, also bleib bis zum Ende dabei. Let's go! Bevor du deine Wohnung kündigst oder ein Visum beantragst, ganz am Anfang, zuallererst, solltest du dich mit Australien beschäftigen. Das heißt vor allem meine Videos zu schauen. Nein, aber im Ernst. Australien ist groß, jede Ecke ist anders, der Unterschied zwischen Stadt und Land ist enorm. Nimm dir Zeit, überleg dir, was du willst und wo das realistisch ist. Schau Dokus, YouTube-Videos, lies Erfahrungsberichte und Blogs, tritt einer der zahlreichen Facebook-Gruppen bei, die sich mit dem Thema beschäftigen. Dazu kurz, Facebook ist immer noch eine der wichtigsten Plattformen in Australien und es gibt viele aktive Auswanderergruppen, auch gerade für Deutsche, in denen du viele Antworten bekommst. Sei aber auch vorsichtig und nicht leichtgläubig. Gerade Dokus über Australien lassen das Land oft einseitig erscheinen, verzerren die Lebensrealität und romantisieren daunander, lassen es für bessere Dramatik auch oft gefährlicher erscheinen, als es ist. Dazu habe ich ein Video gemacht über die echten Gefahren in Australien. Link dazu ist in der Beschreibung. In echt fühlen sich Orte ohnehin immer anders an als auf dem Bildschirm und es kann gut sein, dass der Ort, an den du hin möchtest, gar nicht die Bedingungen erfüllt, unter denen du dort auch leben kannst. Dazu später mehr. Das Thema ist ja das Land besser verstehen lernen. Wenn es dir irgendwie möglich ist, komm vor deinem langen Aufenthalt schon mal kurz nach Australien und schaust dir an. Ich würde sogar sagen, es ist streng verboten, nach Australien auszuwandern, wenn man nicht mindestens einmal vorher da war und sei es nur für einen Urlaub. Wir haben ja nicht mehr 1920. Die Ausrede, lange Reise gilt nicht mehr. Und der Geldaspekt auch nicht so ganz. Wenn du dir keine Testreise nach Australien leisten kannst, dann ist auch die dauerhafte Auswanderung finanziell nicht drin. Denn auch wenn die Chancen gut stehen, dass du langfristig in Australien viel mehr Wohlstand erlangst, als in Deutschland, ist das Ganze am Anfang und vielleicht auch für mehrere Jahre ein Minusgeschäft. So, wenn du jetzt weißt, dass Australien etwas für dich ist, kannst du in die Welt der Ein- und Zuwanderungsgesetze einblicken. Eine neue, spannende Welt. In Australien gibt es hunderte verschiedene Visa, die alle in eine der folgenden Kategorien fallen. Family Visa, wenn du schon Verwandte hier hast, die hier wohnen. Humanitarian Visa, wenn du einen Flüchtlingshintergrund hast. Work Visas, wenn du hier irgendwie arbeitest. Oder Business- und Investor Visas, wenn du eben selbstständig oder als Investor auftrittst. Und innerhalb dieser großen Migration Streams gibt es wiederum viele verschiedene Visa, sogenannte Subclasses. Beispiel die Subclass 417 ist das beliebte Working Holiday Visa. Schaut euch die verschiedenen Optionen an und entscheidet, welches Visum am besten zu euch in eurer Situation passt. Und ich kann euch nur ausdrücklich raten, euch an einen Migration Agent zu wenden. Einen registrierten, zugelassenen Einwanderungsberater. Das sind Spezialisten, die euch gegen Bezahlung beraten. Ihr bekommt dann auch was fürs Geld. Die kennen sich genau mit den ständig verändernden Bedingungen aus. Und meines Erachtens ist es einfach eine Top-Investition. Denn es wäre schade, wenn euer Plan schon an der Stelle scheitert, weil ihr Möglichkeiten überseht oder in der falschen Kategorie landet. Nehmt das Visum ernst. Australische Behörden verstehen wirklich keinen Spaß und schieben euch sofort ab, wenn ihr entweder ohne Visum erscheint oder es sonst welche Probleme in der Hinsicht gibt. Okay, über Geld habe ich eben schon mal geredet. Du brauchst eine finanzielle Reserve. Idealerweise gehst du vom Worst Case aus, nämlich dass du ein Jahr in Australien kein Geld verdienst. Wie viel du dann ansparen musst, hängt natürlich davon ab, ob du alleine, als Paar oder als Familie kommst und wie dein Lebensstand dazu ist. Aber was du natürlich vermeiden möchtest, ist frühzeitig aufgeben und nach Deutschland zurückkehren zu müssen, weil dir das Geld ausgeht. Und viele Dinge kosten am Anfang einfach viel Geld. Die Visumsgebühren, die Migration Agents, die neue Wohnung oder das neue Haus. Die konkreten Zahlen variieren natürlich wild, aber das durchschnittliche Haushaltseinkommen in Australien liegt aktuell bei 75.000 Euro brutto. Da gehen natürlich noch Steuern runter, weniger als in Deutschland übrigens, aber du hast ja auch viele Zusatzkosten und das erste Jahr, wenn man hier ist, ist auch geprägt von schlechten Entscheidungen. Das muss man einfach mal so sagen. Man hat nicht viel Ahnung hier, wie Dinge laufen und man wird auch viel Geld nachträglich gesehen zum Fenster rauswerfen. Stellt euch erstmal darauf ein, euch einzuschränken und flexibel zu sein. Generell gilt, je mehr Ersparnisse, desto besser, denn früher oder später werdet ihr einen Puffer brauchen. Und gerade als Auswanderer ist man ja auch besonders verletzlich. Es gibt immer unerwartete Ausgaben, je nachdem, wie euer Plan aussieht, verdient ihr halt erstmal weniger oder vielleicht auch gar kein Geld. So, nächster Punkt und etwas, das du auch schon in Deutschland machen kannst, ist Netzwerken. Es lohnt sich bereits vor deiner Abreise ein Netzwerk aufzubauen. Versuche Kontakte zu knüpfen, sei es durch die Social Media Plattformen, Foren, Expertgruppen, all sowas, um dir ein bisschen Unterstützung vor Ort oder zumindest Wissen über den Ort zu holen. Noch ein Wort zu Facebook, weil ich schon angesprochen habe. Gruppen, in denen du Deutsche findest, die schon in Australien sind, können zwar hilfreich sein, aber manchmal sind sie auch ein bisschen toxisch, wenn Newbies, also Menschen, die noch nicht in Australien, sondern noch in Deutschland sind, eine Frage stellen. Da schlägt dann der deutsche Hang zum Belehren, besser Wissen und von oben herab behandeln durch. Keine Ahnung warum. Vielleicht denken manche Menschen, dass es hier nicht genug Vegemite für alle gibt. Auf der anderen Seite gibt es ja, wie wir alle wissen, in Deutschland auch eine ganze Menge dumme Menschen. Und auch Auswanderer können ja bizarrerweise ausländerfeindlich sein. Wie immer gilt deswegen, wähle deine Verbündete sorgfältig aus und das, was du online liest, solltest du mit Vorsicht betrachten. Wichtig zu verstehen ist allerdings, Australien hat zwar 26 Millionen Einwohner auf fast 8 Millionen Quadratkilometern, aber oft begegnet man sich trotzdem zweimal. Australien ist ein großes Dorf, gerade wenn man Bubbles teilt, also in der gleichen Branche arbeitet, aus dem gleichen Land kommt, in der gleichen Stadt wohnt. Und schon allein deshalb lohnt es sich, andere mit Respekt zu behandeln. Auch wenn die einem vielleicht nicht ins Konzept passen oder einem geradegehörig auf den Keks gehen, es zahlt sich oft aus, bedacht zu sein und keinen Streit zu suchen. Ich selbst habe schon Leute an den komischen Orten wieder getroffen und war im Nachhinein dann sehr froh, dass ich vielleicht bei einem früheren Konflikt jetzt nicht all out gegangen bin und den Kontakt irgendwie gewaltvoll abgebrochen habe. So, und auch wenn du dann hier bist, solltest du weiter mit so vielen Menschen wie möglich sprechen. Freie Stellen oder Jobs ergeben sich in Australien sehr oft über Beziehungen und erreichen gar nicht den Status einer Stellenanzeige. Bleiben wir beim Thema und reden über Karriere und Arbeiten. Wenn ihr nach Australien auswandert, braucht ihr eine Beschäftigung. Ihr könnt zum Beispiel studieren oder ihr könnt euch eine Arbeit suchen. Studieren ist eine relativ einfache Angelegenheit. Man bekommt halt ein Visum, wird als internationaler Student gerne an vielen Unis angenommen. Allerdings zahlt man auch kräftig. Die Studiengebühren für Ausländer sind in Australien sehr hoch und ihr müsst dafür finanziell abgesichert sein. Zu dem HECS-Darlehen, das dem deutschen BAföG-System ähnelt, gibt es für internationale Studenten keinen Zugang. Alle Finanzreserven müssen also bei euch liegen. Und mit Studium meine ich übrigens nicht nur Universitäten, sondern auch Berufsausbildungen oder Sprachschulen. Auch die können einem einen ersten Zugang nach Australien mit einem Studentenvisum ermöglichen. Wenn ihr in Australien arbeiten möchtet, super, viele Jobs hier sind gut bezahlt, egal ob ihr studiert habt oder nicht. Das hängt eher vom Beruf und von dem Ort ab, an dem ihr hinzieht. Allerdings gibt es einen Haken. Es ist sehr schwierig, von Deutschland aus schon einen Job in Australien zu bekommen. Ich habe dazu mal ein Interview geführt mit einer Recruiterin, einer Deutschen, die in Australien lebt. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Es gibt Einzelfälle, in denen das gelingt, aber in den meisten Fällen müsst ihr irgendwie erst nach Australien kommen und euch dann von hier aus bewerben. Das ist natürlich ein bisschen unheimlich, gerade wenn man die Sicherheit mag. Und damit das nicht schief geht, solltet ihr auch vorher erkundigen über gewisse Dinge. Und zwar, zum einen müsst ihr euch erkundigen, ob euer Beruf in Australien anerkannt ist. Geht nicht davon aus, dass ihr zum Beispiel selbst als gut qualitierte Krankenschwester mit sechs Jahren Arbeitserfahrung auch in Australien in dem Beruf arbeiten könnt. Die Ausbildung ist hier anders und ihr müsst euch vielleicht umorientieren. Zweitens, recherchiert, wo Arbeiter auch gesucht werden. Stadt oder Land, eine bestimmte Region vielleicht. Also wenn euer Beruf in Australien anerkannt ist oder vielleicht sogar auf einer offiziellen Wunschliste der Regierung steht, dann kommt nach Australien. Am besten erstmal in eine der größeren Städte. Ich habe hier bereits darauf hingewiesen, dass man flexibel sein muss. Denn wenn ihr anfangt, euch zu bewerben, dann müsst ihr halt auch schauen, wo euer Beruf gerade gesucht wird. Und einen Job dann auch zu finden, ist auch nicht ganz einfach. Australier ticken anders und ein australischer Arbeitgeber wird dich mit ganz anderen Augen sehen als ein Deutscher. Deine Sprachkenntnisse sind wahrscheinlich nicht viel wert, aber dass du dich in Englisch in deinem Beruf auch ausdrücken kannst. Das ist eine Voraussetzung. Dann sehen Bewerbungen hier anders aus. Man kommuniziert anders. Arbeitgeber legen Wert auf andere Eigenschaften. Persönliche Referenzen sind sehr viel wert. Arbeitgeber wollen deinen alten Arbeitgeber unter Anrufen, deinen Vorgesetzten mit ihm reden. Stell dich darauf ein, dass du anfangs viel abgelehnt wirst, aber gib nicht auf. Lern jedes Mal hinzu und nimm Feedback und Kritik an. Außerdem, und das kann ich gar nicht oft genug betonen, sei bescheiden. Ich habe hier deutsche Einwanderer erlebt, die zu stolz auf ihre deutsche Bildung waren und blind dafür, dass sie sich hier in einer anderen Kultur befinden. Dass sie letztendlich dann in ihrer eigenen Arroganz gescheitert sind. Natürlich ist dein Ziel, wenn du hierher kommst, ein besseres Leben zu führen, besserer Job, besserer Lifestyle, aber das ist keine linear ansteigende Kurve. Es gibt erstmal ein Tal, es geht erstmal abwärts, bevor es dann aufwärts geht. Deswegen, nehmt ruhig einen Job an, der ein Rückschritt ist, ein Level drunter. Bekommt erstmal einen Fuß in die Tür. Der Move nach Australien wird nicht immer eine automatische Beförderung sein. Okay, wir haben geklärt, du kennst Australien, du hast Geld und Visum und zumindest einen Plan, was Job oder Studium betrifft. Was passiert jetzt in der nächsten Phase? Die 1-Million-Euro-Frage in diesem Stadium ist, was willst du mitnehmen? Mein Tipp, möglichst wenig. Verkaufe so viel du kannst. Alles, was es in Deutschland gibt, gibt es auch in Australien. Vielleicht nicht immer in der gleichen Qualität, aber der Transport deiner Sachen ist sehr teuer, dauert lange und es gibt keine Garantie, dass die Sachen auch heil ankommen. Auto, auf jeden Fall in Deutschland lassen. Denkt daran, hier fährt man auf der linken Straßenseite, das Umrüsten eines Wagens ist teuer. Möbel, verkaufen, verschenken, einmodden. Ich kenne einige Leute, die haben ganze Container gepackt, um zum Beispiel die von den Großeltern vererbten Eichenmöbel nach Australien zu bekommen. Kann ich verstehen, aber sinnvoll finde ich es nicht. Wohnungen in Australien werden generell mit Lampen, Einbauschränken, Küche und Badeinrichtung vermietet. Da braucht man schon mal weniger eigene Möbel. Abgesehen davon, dass die deutschen Möbel, gerade so alte deutsche Möbel, ohnehin in Australien fehl am Platz wirken, weil sie halt einfach so nicht den Geschmack der Kultur treffen. Aber das ist natürlich jedermanns eigene Entscheidung. Ich bin damals mit einem Koffer eingewandert und ich habe das auch nie bereut. Wenn ihr eine Immobilie in Deutschland habt, dann gibt es nur zwei Optionen. Entweder ihr verkauft die oder ihr vermietet sie eben. Haustiere. Ja, ich habe alle meine Haustiere damals mitgenommen. Ich würde das jederzeit wieder tun. Allerdings habe ich ein Jahr gewartet. Das war deswegen, weil es am Anfang halt sehr, sehr schwierig ist, eine Wohnung zu finden, wenn man mit Hund oder Katze kommt. Weil vieles steht ja auch noch nicht fest. Vielleicht muss man mehrfach umziehen oder vielleicht klappt es ja nicht mit der Auswanderung. Und man hat vielleicht einfach so viel um die Ohren, dass das Haustier vielleicht in der gewohnten Umgebung erstmal besser aufgehoben ist. Vielleicht bei Verwandten oder Freunden in Deutschland. Wenn euch das Thema Haustier interessiert, dann sagt das in den Kommentaren. Mach ich gerne mal ein eigenes Video zu. Weil, kleiner Spoiler hier, Hunde und Katzen von Deutschland nach Australien transportieren. Das ist echt ein wilder Ritt und da gibt es sehr, sehr viel zu beachten. Wir sind jetzt in unserem großen Szenario noch immer in Deutschland. Und jetzt könnt ihr schon das Thema Krankenversicherung klären. Jetzt kommt das Thema endlich. In Australien gibt es ein öffentliches Gesundheitssystem, Medicare. Aber du solltest auch eine private Krankenzusatzversicherung in Betracht ziehen, da nicht alle Leistungen von Medicare abgedeckt sind. Ohne dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung kannst du hier sowieso nicht mitspielen. Du musst eine internationale Krankenversicherung abschließen. Hängt von der Visumsklasse ab. Bleiben wir im Bereich Admin und Papierkram. Bereite auch jetzt alle wichtigen Dokumente vor, wie Geburtsurkunden, Heiratsurkunden, Zeugnisse und andere Nachweise. Stell sicher, dass du alle notwendigen Dokumente für die Visumsberatung hast. Es ist sehr schwierig, von Australien aus an wichtige Dokumente in Deutschland zu kommen, weil man oft auf dem Amt irgendwie noch persönlich vorsprechen muss. Was ich euch aber auch sagen kann ist, lasst nichts übersetzen. Das werde ich nochmal kurz erklären. Die Australier akzeptieren oft nur Übersetzungen, die auch in Australien angefertigt worden sind. Die müssen von einem sogenannten NAATI-akkreditierten Übersetzer ausgeführt und entsprechend beglaubigt werden. Und nur dann werden sie anerkannt. Außerdem sind sie tendenziell ein bisschen billiger als in Deutschland. Deswegen wartet auf jeden Fall mit dem Übersetzen, bis ihr hier seid. Auf ein Dokument möchte ich besonders hinweisen, den Führerschein. Auch hier, wende dich an den zertifizierten Übersetzer, wenn du hier bist. Der kann dir den Führerschein übersetzen. Das reicht am Anfang, je nach Bundesstaat, musst du aber später, wenn du wirklich länger hier bleibst, dann auch einen australischen Führerschein beantragen. Aber das ist im Allgemeinen relativ einfach. Und ja, ihr braucht einen Führerschein, weil ihr braucht ein Auto. Alles andere ist nur was für echte Masochisten. Also öffentlicher Personennahverkehr in Australien ist einfach nicht doll, wenn man nicht gerade in der Innenstadt wohnt. Und um nicht viel vom Land zu verpassen und sein Leben nicht sehr kompliziert zu machen, empfehle ich euch auf jeden Fall, mit Führerschein hierher zu kommen und sich auch ein Auto anzuschaffen. So, was könnt ihr noch so machen, während ihr noch in Deutschland seid? Naja, als Deutscher hat man ja oft schon ganz gute Grundkenntnisse in Englisch. Richtig fließend sprechen und schreiben lernt man halt oft erst im Land, in Australien. Aber es lohnt sich, das Englisch vor der Auswanderung nochmal ein bisschen zu vertiefen. Schaut Filme auf Englisch, mit Untertitel, hört englische Podcasts, Hörbücher, liest englische Texte. Das alles wird dir helfen, dich in Australien dann schneller und besser zurechtzufinden. Und es bereitet dich auch auf den Englisch-Test vor, der dir hier bevorsteht, wenn du irgendwann mal ein permanentes Visum beantragst, den IELTS oder IELTS-Test. Das ist eine Hürde, die es dann auch entsprechend zu überwinden gilt. Nicht ganz einfach, aber wer früh anfängt, sich vorzubereiten, sollte da keine Probleme mit haben. So, wir bewegen uns jetzt mehr auf den Zeitpunkt der Abreise zu. Wir müssen über das Thema Wohnung reden. Kommt ihr zum Studieren nach Australien, könnt ihr in eine der zahlreichen Studentenunterkünfte ziehen. Die sind erstaunlich vielfältig und teilweise auch richtig schön. Viele Neubauten dabei. Das macht es einfach, weil man auch als internationaler Student da leicht reinkommt. Könnt ihr auch alle schon von Deutschland aus organisieren. Wenn ihr das nicht möchtet oder wenn ihr andere Beschäftigungspläne für Australien habt, dann steht für euch eine initiale Wohnungssuche an. Das geht aber realistischerweise erst nach der Ankunft. Für eine Wohnung braucht ihr persönliche Referenzen. Das sind normalerweise eure Vorvermieter, die dann angerufen werden. Das Problem ist, die sind ja in Deutschland, nicht in Australien. Das heißt, de facto habt ihr keine Referenzen. Das macht es schwierig. Auch hier gilt, bleibt bescheiden und nehmt am Anfang erstmal, was ihr kriegen könnt. Ist wahrscheinlich eh nur eine Übergangslösung. Stellt euch mit dem Hausverwalter Property Manager gut, denn von dem kriegt ihr dann die erste gute Referenz, wenn ihr das nächste Mal umzieht. Übrigens, direkten Kontakt mit einem Eigentümer oder Vermieter werdet ihr hier fast nie haben. 90% des Wohnungsmarktes werden über Property Manager verwaltet. Als Mittelsmann quasi. Behaltet im Hinterkopf, dass man als Mieter in Australien kaum Rechte hat. Ihr könnt an der Wohnung kaum etwas ohne Einverständnis des Vermieters verändern und wenn ihr euch ständig meldet oder über irgendwas beschwert, dann geltet ihr als Problemmieter und euer Mietvertrag, der befristet ist, wird wahrscheinlich nicht verlängert. Außerdem gibt es regelmäßige Inspektionen, in denen geprüft wird, ob eure Wohnung in gutem Zustand ist. Das heißt, der Property Manager kommt rein und macht von allem in der Wohnung Fotos und wird dann einen detaillierten Bericht schreiben, sowas wie Betten gemacht, Betten nicht gemacht, unordentlich, muss mal wieder gesaugt werden, Rasen muss gemäht werden. Sehr unangenehm, wenn man das nicht gewöhnt ist. Wohnungen findet man auf zwei großen Plattformen in Australien, Domain.com.au oder realestate.com.au Ach so, und das alles macht ihr erst, wenn ihr schon hier seid, habe ich ja schon gesagt, aus dem Ausland ist es fast unmöglich. Übergangsweise für die ersten Wochen könnt ihr natürlich auch in ein Airbnb gehen. So, kommen wir zu einem etwas wagen, aber nicht unwichtigen Punkt. Du solltest dich auch mental auf deine Auswanderung einrichten. Alles wird neu sein und teilweise so anders, dass es dich überrascht. Du brauchst Ausdauer, Mut, Geduld, Optimismus und viel Flexibilität. Stell dich darauf ein, auf Freunde, vertraute Dinge, vertraute Marken zu verzichten. Sei bescheiden und nimm jeden Tag, jeden Fort- und Rückschritt so, wie er kommt. Die australische Lebensart ist No Worries, also keine Sorgen. Diese entspannte Haltung, dass man sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Vieles funktioniert in Australien nur halbperfekt, aber es funktioniert. Und Australien kann auch unglaublich innovativ und modern sein. Auch das wird euch sicherlich überraschen und begeistern. Eure Auswanderung wird sicherlich ein großes Abenteuer mit Hindernissen, die man überwinden muss. Aber, wisst ihr was? Das lohnt sich. Denn am Ende lebt man in Australien, diesem unendlich geilen Land, das ich gar nicht genug hypen kann. Und das bringt mich jetzt auch zum größten Fehler. Der lautet nicht flexibel sein. Beim Job, bei der Wohnung, bei der Stadt, in der ihr lebt, bei eurem Alltag. Es braucht viel, um diese Reise durchzuziehen. Wenn euer Plan zu statisch ist und ihr nicht opferbereit genug seid, dann wird es eng. Die besten Erfolgschancen habt ihr, wenn ihr euch schnell anpassen könnt, wenn die Dinge mal anders laufen als geplant. Wer immer nur bei seinem Ursprungsplan bleibt, der wird wahrscheinlich scheitern. Jetzt haben wir besprochen, was man für seine Auswandlung nach Australien alles planend erledigen sollte. Aber welche Dinge muss man denn nicht unbedingt machen? Also, ihr braucht keine Berge an bestimmten Outdoor-Klamotten kaufen. Das ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Und zwar schon gar nicht im Australienladen oder bei einem teuren Reiseausrüster. Je nachdem, wo du hinziehst, ist das Klima hier sehr unterschiedlich und das kann man leicht falsch einschätzen. Viele meiner Besucher bringen zum Beispiel viel zu leichte Kleidung mit und frieren sich dann morgens und abends die Nase ab. Ihr könnt diese ganze Outdoor-Kleidung auch hier kaufen, in teuer oder in billig. Es gibt genug Optionen. Tendenziell ist Kleidung aktuell etwa ein Drittel günstiger als in Deutschland. Ihr braucht vor der Auswanderung auch kein Bankkonto in Australien eröffnen. Das ist nicht nur sehr schwierig, sondern ihr könnt auch erstmal euer deutsches Konto verwenden. Seht einfach zu, dass ihr eine Master- oder Visa-Karte mit eurem Konto verbunden habt. Dann könnt ihr hier eigentlich alles bezahlen. Deswegen auch nochmal der Hinweis, Bargeld gibt es zwar noch in Australien, aber es ist der absolute Standard mit der Karte oder dem Smartphone zu bezahlen. Ihr braucht in Deutschland auch keine australischen Dollars abzuheben. Einfach die Kreditkarte mitnehmen, das reicht. Und weiterhin auch, legt euch nicht auf einen Ort fest, das könnt ihr euch auch sparen, vor allem nicht aus den falschen Gründen. Wenn ihr unbedingt an einen bestimmten Surferort wollt, weil ihr die höchsten Wellen hat oder ihr nicht offen für andere Orte seid, dann ist das schwierig, dann wird das eure Optionen limitieren. Und last but not least, wartet für das Auswandern nicht auf den perfekten Zeitpunkt, der wird ja nie kommen. Wenn ihr wirklich auswandern wollt und mit ganzem Herzen dabei seid, dann stehen die Chancen gut. Egal, ob ihr Single seid oder mit der ganzen Familie auswandert, ob ihr drei Katzen mitbringt oder einen neuen Beruf erlernen müsst. Ich habe viele deutsche Auswanderer über Jahre begleitet und immer wieder erlebt, dass es vor allem eine Persönlichkeitsfrage ist, ob man sich hier ein neues Zuhause aufbaut. So, das waren die wichtigsten Schritte, um nach Australien auszuwandern. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen und motiviert, euren Traum in die Realität umzusetzen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie bitte gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen hoch zu geben. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.